weil er geht war vielleicht zwei Prozent der anderen Hälfte des Lebens Wart vom Wort Rohr ordentlich Durchschlagskraft nur 3.0.3 3155er Magnum Kies recht Oh mein Gott OP Waffe ist OP oder so etwa Hier komm ich Gordon Freeman Geh weg mit deinem Mann Schlitter hier Da weg damit jetzt war ein headshot wer will sich mit mir anlegen blö äh wo bist du gewoll war OP Wusch Spielt damit Ah, wollt jetzt von hinten kommen? Ist nicht Von hinten kommen ist nicht Wusch Wusch Lassen die mal so schön Muni liegen Wusch Uh, Revo Muni Oh Oh, ich bin jetzt schon Ich bin halb tot Wie hab ich denn das denn gekriegt? Ich bin halb tot Oh, Schild Schild ist gut Penetranter Heli Sag ich doch Penetranter Heli Ach, da ist ja noch einer Ich bin halb tot Take this Piss off Ich hab was gegen Fensterscheiben Frische Luft und so Ah Türchen auf Ah, jetzt sind wir hier Kommen wir uns noch schnell die Muni ab Und sind schon gleich bei unserem geparkten Auto Oh Oder dem aus deinem Auto hier am nächsten kommt Los 3 Bar mit Marzipan Oh 3 Bar mit Marzipan derive Autsch Das hat ein bisschen weh getan Ahh Madonna Ja herr kannst du mir nicht folgen hah NAT Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Birt! Ok da rechts ist eine Sackgasse! Leifuß AD! Sag ich da nur! Halt auf, ist meine Karo so langsam! Nein! Autsch, das haben wir getan. Zum Glück habe ich meinen Mark-5-Schutzanzug, ey. Hilfe! Hilfe! Warum darf der das? Oh, Sackgasse. Sackgasse ist nicht gut. Uh, Ausweg. Ich sehe Ausweg. Na, Neugier siegt. Ich muss dahinter gucken. Okay, hat sich gelohnt. Ich bin neben. Bisschen chillt. Hat sich gelohnt. Wuhu! Ja, ich habe mal schon ein Viehfeuer. Ich habe eine Granate bekommen. Bisschen chillt wieder. Äh, ist da der Leiter? Nö. Gibt es dir Achievements und so hier. Die Heimverschrecke. Da ist da unten was. Nein? Gut. Ich habe gerade Angst, ich hätte da was vergessen. Ich hasse es, Zeug zu vergessen. Oder, was heißt vergessen, äh, zu übersehen. Ich hasse es, wenn ich Zeug übersehe. Ich schläpp mich schon immer bei anderen YouTube-Playern, die Zeug übersehen, weil ich will es ja besser machen. Haha. Lernt zielen. Nein. Lernt lieber nicht. So bist du mir lieber. Nein, nein, nein. Zu Gleis. Ja, waren zu Gleis. Haben will. Haben will, dass du Pleiß. Na toll. Wenn nix und nochmal nix. Bomben könnt ihr gerne behalten. Geh mir nur noch den Zeiger. Aua. Wo lotet ihr mich hier eigentlich hin, ey? Guck mal ernsthaft. Wuhu. Okay. Boah, ganz viel Schild. Boah, fast hundert Schild, dass ich das nochmal erleben darf. Ist das Dach undicht oder was? Tatsache. Das Dach ist undicht. Lohnt sich das daraus zu gehen? Nein. Definitiv nein. Hm. Ah. Verdammt. Hab ich doch schade genommen. Na, wir haben ja hier noch eine Medi-Station. So ist. Geronimo. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Schornstein fällt. Wuuuut. Aber sonst geht's euch noch gut. Scheiß auf Achtung Baumfeld. Achtung Schornstein fällt. Ich bin da mal weg. Geesh. Oh, da schießt wieder ein Verrückter mit Raketen. Da scheint richtig zu sein. Da will ich nochmal kurz hier hingucken. Okay. Ist ja gut. Geesh. Geesh. Alter, fliegt der mir gerade hier durch hinterher? Lade dort. Warte. Ja. Glocke. Bude. Dann. Fynn. 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 K Abstin. So ein bisschen dead end Heli, 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 weg Gut Heli ist schon mal weg Uh, Supplies Leben Ein Schalter Ich seh, das muss, da müssen wir rüber, das muss nach oben und das muss nach unten Ähm, Stein 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 Ähm, Tonne Ach so, ab in die, ab in die Tonne und so Äh, reicht nicht Brauch mehr Aber mehr Zeug zum da reinlegen Find mal beim nächsten Mal Bis dahin See ya Leute